Willkommen bei Finance Experience. Im heutigen Video sprechen wir über den neuesten Bericht des Internationalen Währungsfonds, sowie dessen Forderungen die Kosten der aktuellen Krise um zu verteilen und Steuererhöhungen in Form von Vermögensabgaben durchzuführen. Wenn euch diese Themen interessieren dann bleibt dran. Schauen wir uns zuerst den IWF und dessen Aufgaben kurz genauer an. Der Internationale Währungsfonds ist eine Organisation der Vereinten Nationen zur Unterstützung der Zusammenarbeit der Währungspolitik und des Finanzsystems auf internationaler Ebene. Die Leitung des IWF erfolgt durch einen Gouverneursrat der Finanzminister und Präsidenten der Zentralbanken der 189 Mitgliedstaaten. Die Stimmen sind entsprechend der Kapitalanteile gewichtet, mit beispielsweise den USA 16,75 Prozent, Japan 6,23 Prozent, Deutschland 5,81 Prozent, Frankreich und Großbritannien jeweils 4,29 Prozent und China mit 3,81 Prozent. Aufgaben des IWF sind Beratung seiner Mitgliedstaaten in allen wirtschaftlichen und geldpolitischen Bereichen, in fiskalischen sowie Wechselkursangelegenheiten und zur Unterstützung der Krisenländer. Bei regelmäßigen Untersuchungen der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten zeigt der IWF vorhandene Risiken auf, berät zu politischen Maßnahmen und hilft bei der Vorbeugung und Bewältigung von Finanzkrisen. Des Weiteren hilft er zur Erreichung einer makroökonomischen Stabilität, Beschleunigung des Wirtschaftswachstums sowie dem Abbau von Armut. Im Bezug auf die Auswirkungen der aktuellen Krise und den damit verbundenen schwerwiegenden wirtschaftlichen Folgen warnt der IWF in einem aktuellen Bericht. Dort wird nun vor der immer weiter wachsenden Ungleichheit zwischen den Menschen gewarnt. Auf der einen Seite sind die Menschen, die aufgrund der Krise immer mehr Einbußen erfahren, und auf der anderen Seite stehen die Krisengewinner. Auf der Internetseite des IWF steht. Zitat. Die Covid-19-Pandemie verschärft den Teufelskreis der Ungleichheit. Um dieses Muster zu durchbrechen und allen einen fairen Einblick in den Wohlstand zu geben, müssen die Regierungen den Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen wie Gesundheitsversorgung, einschließlich Impfung, und Bildung verbessern, und die Umverteilungspolitik stärken. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. In dem Bericht bezieht sich der IWF auf eine Harvard-Untersuchung, die sich beispielsweise mit den Todesfällen aufgrund der Pandemie im Zusammenhang mit den Einkommen und Wohngegenden sowie Wohnverhältnissen beschäftigte. Laut dieser Studie gibt es einen klaren Zusammenhang zwischen Armut und Opfern der Corona-Krise. Weiterhin erwarten die Experten des IWF, dass aufgrund von Corona weitere 95 Millionen Menschen weltweit in die extreme Armut rutschen werden. Und dass von den Folgen der Krise vor allem junge Menschen, Frauen, Minderheiten und Menschen in schlecht bezahlten Jobs betroffen sind. Da die reichsten Menschen der Welt während der Krise ihr Vermögen sogar um 54 Prozent steigern konnten, im Gegensatz dazu aber immer mehr Menschen durch beachtliche Einkommenseinbußen in existenzbedrohende Situationen geraten, schlägt der IWF Folgendes vor. Die Regierungen sollen Vermögen von oben nach unten verteilen und fordert in seinem neuesten Bericht nun eine Umverteilungspolitik. Steuern für Gutverdiener und Vermögende sollen erhöht werden. Denn dies sei notwendig, um einer Polarisierung und der wachsenden Ungleichheit durch die Pandemie entgegenzusteuern. Um der wachsenden Ungleichheit also entgegenzuwirken fordert der IWF, dass vor allem Reiche und Gewinner dieser Krise die Kosten der Pandemie tragen sollen. Neben einer Einkommens- und Vermögenssteuer fordert der IWF auch die Einführung einer vorübergehenden Zusatzsteuer für Menschen mit einem hohen Einkommen und ebenfalls auch für Unternehmen, die trotz Corona-Krise noch Gewinne erzielen. Als Beispiel einer temporären Zusatzsteuer verwies der IWF gegenüber der Financial Times auf den eingeführten Solidaritätszuschlag nach der Wiedervereinigung sowie höhere Erbschaftssteuern und Abgaben für Immobilienbesitzer. Offen bleibt leider, wer nach diesen Vorschlägen des IWF am Ende als Vermögender gilt. Da in Deutschland der überwiegende Teil von Immobilienbesitzern eben nicht extrem reich oder vermögend ist, wäre eine Abgabe an kleine Eigenheimbesitzer sicher nicht zielführend. In diesem Fall würde eine Abgabe auf Immobilien doch wieder die falschen treffen. Auf seiner Internetseite schreibt der IWF, Zitat, um den Zugang zu grundlegenden öffentlichen Dienstleistungen zu verbessern, sind zusätzliche Ressourcen erforderlich, die je nach den Umständen des Landes mobilisiert werden können, indem die gesamte Steuerkapazität gestärkt wird. Viele Länder könnten sich stärker auf Grund- und Erbschaftssteuern stützen. Länder könnten auch die Steuerprogressivität erhöhen, da einige Regierungen Raum haben, um die höchsten Grenzsteuersätze für das persönliche Einkommen zu erhöhen, während andere sich darauf konzentrieren könnten, Lücken in der Kapitaleinkommensbesteuerung zu beseitigen. Darüber hinaus könnten die Regierungen erwägen, vorübergehende Covid-19-Rückforderungsbeiträge als Ergänzung zu den Einkommenssteuern für Haushalte mit hohem Einkommen zu erheben und die Körperschaftssteuer zu modernisieren. Insbesondere in Schwellenländern und Ländern mit niedrigem Einkommen könnten zusätzliche Einnahmen auch durch Verbrauchssteuern zur Finanzierung der Sozialausgaben erzielt werden. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Vor allem in letzter Zeit scheint es immer auffallender, dass die Politik auf eine Umverteilung bzw. einen Lastenausgleich hinarbeitet, um die massiven Ausgaben und Kosten des Staates durch die Corona-Krise zu decken. Wir haben zum Thema Lastenausgleich bereits ein ausführliches Video gemacht, da die Bundesregierung bereits in 2020 prüfen ließ, ob ein Lastenausgleich in Deutschland rechtlich möglich ist. Wir verlinken euch das Video unten in der Videobeschreibung. Auch ehemalige und aktuelle Politiker fordern immer häufiger eine Vermögensabgabe oder einen Lastenausgleich. Wir haben hier mal ein paar bekannte Beispiele exemplarisch angehangen, aber hört selbst. Zum Beispiel schlug der ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel im April 2020 einen erneuten Lastenausgleich nach Corona vor. Zitat. Unsere Eltern und Großeltern haben schon mal eine Lösung finden müssen, die nannten wir Lastenausgleich. Es kann schon sein, dass es zu einem solchen Lastenausgleich kommen wird. Zitat Ende. Auch SPD-Chefin Saskia Esken forderte bereits im April 2020 eine Lastenverteilung, in dem Wohlhabende eine einmalige Vermögensabgabe zahlen. Wir verlinken euch beide Artikel hierzu in der Videobeschreibung. Und auch Olaf Scholz verweist seit einem Jahr immer wieder auf höhere Steuern für Vermögende, um die hohen Kosten der Krise zu bewältigen, und wirft laut einem Artikel der Welt.de, den reichen unsolidarisches Verhalten vor. So berichtet die Welt.de. Zitat. Olaf Scholz wirft besonders wohlhabenden Deutschen, in der Diskussion über eine stärkere Belastung hoher Vermögen unsolidarisches Verhalten vor. Gegenüber Welt am Sonntag sagte er, wir leben in einer Gesellschaft, in der es jene, die sehr reich und mächtig sind, zu oft schaffen sich gegen eine faire Besteuerung zu wehren, indem sie so tun als sollten auch all jene belastet werden, die nicht so hohe Einkommen haben. Das werde die SPD verhindern. Zitat Ende. Wir verlinken euch den Artikel in der Videobeschreibung. Zunehmend stellt sich also die Frage, was auf uns zukommen könnte. In diesem Zusammenhang ist auch fraglich, wer denn nun von derartigen Maßnahmen betroffen sein wird. Bei Mitteilungen dieser Art wird der ein oder andere sicherlich erst einmal geneigt sein einer höheren Besteuerung von Reichen zuzustimmen. Aber wir sollten uns erst einmal fragen, ab wann die Politik uns für reich oder vermögend hält. Denn trotz immer lauter werdender Stimmen zur Umverteilung in Form von neuen oder höheren Steuern oder sogar einem Lastenausgleich drang von der Politik bisher wenig durch, wen solche neuen Steuern und Abgaben betreffen könnten. Auch ist fraglich, ob immer mehr und neue Steuern tatsächlich eine Hilfe sind oder neue Belastungen genau das Gegenteil bewirken, vor allem wenn vermeintliche Krisengewinner direkt wieder mit neuen Steuern und Kosten belastet werden. Da es für die Unternehmen selbst durch solche Maßnahmen auch zu einer existenzbedrohenden Lage kommen kann. Es ist davon auszugehen, dass es am Ende sicher nicht die ganz großen treffen wird. Denn die Big Techs dieser Welt werden sicher immer ein Schlupfloch finden, um solchen Maßnahmen weitestgehend zu entkommen. Und was denkt ihr? Wer wird am Ende für diese Krise bezahlen? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert doch unseren Kanal und aktiviert die Glocke, sodass ihr kein weiteres Video verpasst. Bis bald! Euer Team von Finance Experience